Im Jahr 2013, während eines Urlaubs in Budapest, hatte ich notfallmäßig einen Zahnarztbesuch zu erledigen und habe einen Mann aus Stuttgart getroffen, der mich gefragt hat, ob ich auch bei Kreativ Dental bin, aber ich kannte diese Klinik bis dahin noch nicht und er hat mir empfohlen, mich mal zu informieren. Und als wir wieder zu Hause waren, haben wir das intensiv getan über das Internet und fanden also die Darstellung von Kreativ Dental sehr seriös und was uns auch mit überzeugt hat, war die Tatsache, dass er mit der Deutschen Techniker Krankenkasse zusammengearbeitet hat. Dann haben wir uns schnell entschlossen, mit Dresden Kontakt aufzunehmen und dann wurde ein eintägiger Besuch hier organisiert mit Hotelflug und Übernachtung und dann hatte ich hier den ersten Konsultationsbesuch und der verlief also sehr, sehr positiv. Man ging auf meine Wünsche ein, denn ich hatte vor, eine komplette Sanierung der Zähne durchführen zu lassen, wozu ich auch schon von deutscher Universitätsklinik einen Kostenvoranschlag hatte. Und durch die Besprechung im Nachhinein, nachdem die Untersuchung abgeschlossen war mit Kostenvoranschlag und allem, haben wir dann festgestellt, dass wir dann abzüglich Hotelflugkosten und allem ungefähre Ersparnis von 40 Prozent haben. Und da mir das sehr gut gefallen hat, der Umgang mit den Menschen, mit den Ärzten, mit den Technikern, mit den Bürofrauen, haben wir uns dann ganz schnell entschlossen, gleich zu beginnen, was dann im Januar 2014 passiert ist. Da hatten wir dann den ersten Konsultationsaufenthalt hier und da wurden dann ein Großteil der Zähne entfernt. Dann hatten wir eine Einheilphase von ein paar Monaten und im Mai wurden die Implantate gesetzt und dann war wieder eine Einheilphase von neun Monaten und jetzt bin ich hier, um die Endmontage, die gerade erledigt ist, durchführen zu lassen und Sie sehen das Ergebnis. Ich bin vollkommen zufrieden. In der Rezeption wurde ich auf Deutsch empfangen. Die Ärzte sprechen sehr gut Deutsch. Monika, eine hilfreiche Stütze des Unternehmens, hat mich sehr, sehr gut betreut und auch Annette hat mich sehr gut betreut und ich würde jederzeit wiederkommen. Wir waren insgesamt 24 Werktage hier und ablaufen ist es in drei Perioden, also dreimal Flug, dreimal Hotelaufenthalt und insgesamt aber 24 Arbeitstage. Und es war angenehm. Es gibt viel zu sehen. Es ist eine kulturreiche Stadt. Es ist eine sehr schöne Stadt. Man sieht auch die Veränderungen der Stadt und das ist einfach faszinierend. Aber ja doch, ich würde selbst jederzeit wiederkommen, wobei ich jetzt mal davon ausgehe, dass das in den nächsten zehn Jahren außer Kontroll besuchen nicht notwendig ist. Aber ich kann jedem empfehlen, dieses Kennenlernangebot in Anspruch zu nehmen und sich dann ein eigenes Bild zu machen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass jeder davon überzeugt ist und die Behandlung hier beginnen würde.